Applaus Wir sind wieder bei den Helden unserer kleinen Geschichte angekommen, Bettina Bocconi und Jörg Heumann. Ein wenig, muss ich sagen, sieht man Ihnen die Enttäuschung noch an, nur der vierte Platz. Ja, mein Gott, enttäuscht, was heißt, ein bisschen unzufrieden, aber wir haben halt Fehler gemacht und der Platz ist gerechtfertigt. Welche Fehler haben Sie denn gemacht, Jörg Heumann? Wodran hat es gelegen? Die Akrobatik, die haben wir gemacht und die war etwas zu unsauber. Ansonsten ging es im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber die Akrobatik war einfach zu unsauber. Dann kann die Enttäuschung auch nicht so groß sein, wenn Sie gleich eine Erklärung dafür haben. Werden Sie denn unvermindert weiter trainieren? Ja, wir werden jetzt weiter trainieren und dann nächstes Jahr. Mal sehen. Nächstes Jahr auch ein neues. Ja, wahrscheinlich. Wir drücken die Daumen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht hat der Spieß in der Kaserne von Böblingen ein Einsehen und gibt mehr Zeit fürs Tanzen. spooky. Vielen Dank.